Und damit ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Grand Theft Auto 5. Mein Name ist Project KLP und wir waren hier hier stehen geblieben. An der Fabrik von... Ja, ne, Lester. Danke. Ich kam gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, wir machen hier direkt weiter. Oh, nur ein bisschen Arbeitgeber. Siehst du, wir machen etwas wirklich, wirklich schlechtes. Also, ich muss mich als ein magnein Textile-Testell machen. Also, du hast nichts gemacht? Niemand sieht mehr ausreichend aus in Amerika, als jemand, der tatsächlich bereit ist, um etwas zu machen. Jesus. Was für dich? Oh, ein Schiff, Trevor. Wir haben ein paar Probleme. Brad. Ja, was noch? Ja, es ist irgendwie... Die Union Depository ist aufhörbar für heute. Wir können es nicht ohne ihn, besonders wenn er weiß. Danke Gott, dass ihr hier seid. Ihr alleine? Davey, wo ist dein Freund, Steve? Er ist auf seinem Weg nach. Ja, sie sind hier. Hör, die Scheiße ist jetzt auf die Fan. Unsere ganze Leben zusammen ist nichts, sondern eine Reihe von Fan- und Scheiße. Entschuldige diesen Problem für mich, und ich werde Mr. Leisure-Wear von deinem Bein. Und wenn wir nicht? Dann werde ich in die Kirche, und du wird gebeten. Ah, mach dich, Dave. Ich habe alles gehört. Nicht so wie das, du hast. Hat er dich gebeten? Oh, ja, er hat. Er hat uns gesagt, dass wenn wir tun, was du sagst, dann zusammen wir können den grossen Wölf, der ist die Korruption der Regierung. Ja, und wenn du nicht, dann werden wir alle sterben. Weil die Agenzie ist mit uns. Ich habe sogar ein paar Leute in unserer eigenen Büro, die fragen, meine Methoden. Ich denke, ich bin... ein Leiter! Ein Kind von Kiehlern und ein Thief! Also? Also, es gibt ein paar... Und ich brauche euch, die wissen, was sie wissen. Also? Also, was? Du willst Lester hier hacken, in die Systeme, alles wegschrauben? Nein, nein, nein. Das wird nicht funktionieren. Der einzige Weg, um es zu akzeptieren, ist durch deine Gebäude. Fuck mir. Michael... Du wirst mir sehr großartig machen. Und wenn du das machst, ich werde sicher, dass alle deine Buchungen sind wegschrauben. Ich versuche dir. Hey! Das ist die letzte Sache, die wir machen. Und wir sind fertig. Period. Natürlich! Ich bin ein Mann von meinem Wort! Dave, los! Komm, Lester, los! Ja, steigen wir ins Auto. So, fahr jetzt im FIB-Building. So, es ist Samstag. Ich habe auf User-Wunsch hin das In-Game, die In-Game Master Volume mal runtergesetzt. Um zwei Stufen, damit man mich besser versteht. Gerade wenn ich drüber quatsche, wenn die reden. Ja, das war jetzt ein bisschen komisch gerade. Aber, ja, ihr wisst glaube ich, was ich meine. Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass das mit dem Sound jetzt besser ist. Ähm, genau. Was wollte ich noch sagen? Ähm, es ist Samstag. Es ist wieder eine Woche her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Ja, war wieder eine etwas... Ja, härtere Woche, sage ich mal. War jetzt... Äh, in der Werkstatt. Hab Werkstatt. Ja, nicht Werkstattunterricht, sondern halt, ja, war in der Abteilung, in der Werkstatt. Ja, na gut. You should be coming out here soon. Here we go. Nope. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you, because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Yeah. Jetzt heißt's halt warten. Oh, what's this? That's not it. So what do we do? Oh, what can we do? We do the job. Maybe you can delete the files when you're inside, doing whatever else you're doing. That might be a way out. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Yeah, well, a way out is exactly what I need. What are you looking for? It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ask Mr. Haynes for a budget. Maybe the leftover cash from the Pulido score. And we need something. Yeah, see what you can do. Yeah, see what you can do. Entschuldigung, falls ich immer mal wieder machen muss. Na, mein Hals ist ein wenig, wie sagt man so schön, gefickt. Gut. Ach man, wie ich so was hasse, diese Folge-Mission. So what's gonna happen, when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. Hm, I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever you want it to be. Okay. Ah, so ein Frontantrieb. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I prefer all hands on deck right now, if it's okay with you. God, you're worse than my son. This is, uh, one way to follow someone. You want to break into the FIB's west coast headquarters. You're gonna need more than a janitor's license plate number. Let me work on some angles while you, uh, Oh, man, Alter. Mega nervig, so was. Vor allem, wenn der an jeder für kackt eine roten Ampel anhält. In terms of racial abuse, that was my son in spades. I just spoke with Agent Haynes. We've got the budget to pull this off. Good. Zum Glück ist sowas immer mega unauffällig. Come on. What do we do when he gets home? What do we need from him? We need cooperation. And maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate? You know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Ach, man. Ja, ich habe Angst. Ich halte Sicherheitsabstand zu dem vorausfahrenden Fahrzeug. Immer genug Sicherheitsabstand halten. Das ist das Wichtigste. Oh nein, es ist orange. Fährt doch gar nicht auf, wenn so ein kaputtes Cabrio einem folgt. Mit zwei Leuten im Auto. Das ist das Wichtigste. Also, ich würde mich schon fragen, was da los ist. Also, ich bin einer, der beim Autofahren generell immer in den Rückspiegel guckt. Und ich mag das gar nicht, wenn mir irgendwelche Fahrzeuge länger hinterher fahren. Das müsste ich mal verdächtig sein, aber ich mag es einfach nicht. Ich finde das ziemlich unangenehm. Weil ich glaube, da geht das nicht nur mir so. Also, ja. Wenn wir am Arsch sind, werden wir es wissen. So, wir haben gerade eben einen Schluck von meinem Tee genommen. Tee ist gut für die Stimme, wie wir alle wissen. Jetzt kommen Fahr. Wieso fährt denn der so kompliziert, ey? Ich glaube, der läuft hier runter. Ich glaube, der läuft hier runter. Nur wenn du etwas brauchst. Jesus. Ups. Ja, gut. Schwer war das jetzt nicht, ne? Ja, gut. Du hast einen anderen von diesen, Harvey? Wer bist du? Der Typ mit deinen besten Interessen. Fülle deine Pocken mit Geld, und alles du musst machen ist, ein bisschen vacation. Hey, ich arbeite zwei Arbeitsplätze, Mann. Ich nehme jeden Freude, ich kann. Gut. Hey, du willst die Bier? Nein, ich nehme die overalls. Oh, und deine ID. Was ist da? Oh, und Harvey. Ich wahrscheinlich nicht muss das sagen. Aber du spielst du Ball? Ich werde zu tun, was ich wirklich nicht machen will. Enjoy deine Bier. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Michael ist halt einfach eine coole Sau. Komm, warte, die Fette hier will ich umremmen. Bäm. Hab die Alte kurz umgenudelt. Successful? Oh, ja. Wir müssen zurück in mein Büro. Hey, du seltener Prick! Genau, du seltener Prick! Ha! Ich warte ja drauf, bis endlich der Ice Enhancer Mod für GTA 5 kommt. Habe letztens wieder Screenshots dazu gesehen. Das sieht mega gut aus. Gibt auch vom Entwickler schon Videos auf YouTube. Vor allem bei Nacht sieht das halt... Bei Nacht sieht das halt mega geil aus. Also wirklich, kann ich nur mal empfehlen. Geht einfach mal auf YouTube an. Ice Enhancer. I-C-E-E-N-H-A-N-Z-E-C-E-R. Ice Enhancer und dann geht hier auf 5. Sieht wirklich mega gut aus. Finde ich. Aber gut. Ja, das Spiel an sich sieht doch ohne Ice Enhancer schon mega gut aus, muss man sagen. Aber wahrscheinlich wird da erstmal jeder PC in die Knie gehen, wenn man hier den Ice Enhancer drauf klatscht. Weil, naja. Wisst schon Bescheid, ne? Ja, er ist bereits hier. So. Bin ich kurz einmal über Lester's Schultern gesprungen. Kann auch nicht jeder. Bam. Hey, was ist das Problem, Junge? Steve fucking Haynes. Natürlich ist es Steve fucking Haynes. Es ist immer Steve Haynes. Das ist nicht ständig wahr. Sieht, es ist Steve Haynes, oder es ist Trevor, oder es ist seine Familie. Es ist immer einer von ihnen. Ja, das ist wahr. Es ist immer einer von ihnen. Ja, ich werde mit einer horrible Familie und sogar schlimmer Freunde. Ich habe gesagt, Franklin, ich bin ein guter Modell. Ja, was auch. Es ist sowieso das, oder die Dine Barsche. Die Bullets kommen auf deinen Schein. Ja, danke. Wir müssen wissen, etwas über dieses FIB building. Ein Schmerz oder ein Weg in. Das nächste Mal sehen wir einen Morley-Destitute, total delusional, highly corrupt government agent. Ich hoffe, er ist ein guter Mann. Mann, ich bin nicht in dieser Motherfucker bei mir. Nein, nein, nein. Niemand geht in. Wir müssen ein paar Recon. Wir brauchen ein bisschen mehr Informationen. Sieh. Ich brauche die Architekturale Pläne. Aber sie sind nicht online. Wir brauchen eine Schmerz. Wir brauchen eine Schmerzkonferenz. Der Architektur Name ist Chip Peterson. Das war seine erste große Kommission. Und die Offizie ist unten in Backlot City. Okay. Franklin. Du sagst ihm für ein bisschen und dann reden wir. Okay, Hund. Ich habe dich. Ich versuche nicht, dich zu schmerzen. Ja. Gut, gut, gut. Ja. Ja. Speichern wir gleich mal. Das Bureau ausmisten. Ja, gut. Ich finde das immer zu geil. So, jetzt haben wir S und M. Und wir hatten noch die Lester Mission von... von... Ja. Gut. Ähm. Das Attentat. Ähm. Ich hole mal eben meinen Zettel her. Vielleicht hört man es gerade. Und morgen auf den Aussteller. Aktien Gold Coast. Da wäre jetzt natürlich die Frage, ob wir das jetzt gleich machen sollen. Ähm. Ich würde eigentlich schon fast sagen, ja. Dass wir das machen. Ähm. 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 Ich bin mir unschlüssig. Naja, komm. Wir machen das. Kaufe ich jetzt eben mal die Aktien hier mit jeden. Falls man es gerade im Hintergrund einmal kurz rascheln gehört hat. Da ist wohl irgendwas in der Küche runtergefallen, würde ich jetzt mal so behaupten. Hat sich nach Besteck angehört. Besteck. Besteck. Märkte. Und... Was war es? Gold Coast. G, 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 G. Was ist denn? Gold, Gold, Gold Coast. Okay. Dann muss man wohl doch bei LCN. Die, die.